Moin ihr Lungen, ich hoffe euch geht's gut. Mario Kart am Sonntag. Die heutige Aufnahme-Reihenfolge ist, meine Folge ist Number One. Dann kommt Flying Annabol, dann kommt Ehrenbruder Micky, dann kommt Papa Platte und dann als letztes kommt die Zinkermelone. Und ja, so ist die heutige Aufnahme-Session. Ich hoffe, ihr habt Bock. Folgen von den Jungs sind wieder in der Beschreibung verlinkt. Die Jungs müssen nicht Hallo sagen, alle sind am Start. Ehrenbruder Sascha ist gerade nicht dabei, der hat was Wichtiges dazwischengekommen. Vielleicht nehmen wir aber nachher noch auf korrekt eine Folge mit ihm auf. Wir gehen wieder in vier Rennen rein zusammen. Yalla, Danny. Gespiegelt mache ich an für Carsten extra. Bitte nicht. Babypark it in men. Nein, ganz ehrlich, Babyparkverbot. Nur Sascha darf Babypark immer nehmen. Ja, wir nehmen heute ohne Sascha auf, ne? Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast. Ja, hab ich noch mal. Ja, ich bin natürlich zugehört, wieder chillig. Ja, Digga, komm, scheiß drauf, Jungs. Digga, so ein 30er. Wirklich, Bruder. Das war auch das letzte Mal, Mario Kart. Unerträgt. Wir dürfen heute für real eigentlich nicht Mario Babypark spielen. Nee, nee. Lass für real keinen Babypark spielen heute. Ja, ist gut. Wir dürfen erst wieder Babypark spielen, wenn Sascha nächstes Mal dabei ist. Dann werden wir ihn richtig abfacken damit. Ja, ist gut. Nur in seiner Folge heute Abend. Genau, wenn wir noch für Sascha aufnehmen, Digga, nehmen wir alle Babypark. Nur Babypark, ja. Ja, okay. Ja, fühle ich. Gut. Also, erstes Rennen. Carsten. Ich hab Bock. Ja? Test-Zwanny. Test-Zwanny, jawoll. Rein in die Augen. Wieso ein Schulabstand? Wieso? Man muss auch noch mal kurz erwähnen, Daniel und ich haben wieder auch ein neues Test-Card mit neuen Test-Reifen. Auf sexy? Habt ihr noch ein anderes? Ersetzen Sie es mal. Ja. U-Card und Reto-Reifen. Auf dreckig. Ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, dass das so einen Unterschied macht. Doch, es ist so. Ja, doch, doch. Wenn Carsten wieder vorne ist, kann er eigentlich gar nicht sein, normal. Das geht eigentlich gar nicht. Oh, Carsten! Bin auch etwas verwundert. Alter, oh mein Gott. Oh, Junge. Micky, wie ist eigentlich der Stand? Ich glaub, ich hab ein Zwanny Plus schon. Irgendwie so. Oh mein Gott, das Auto aus der Hölle. Hier, die Bombe, Jungs. Egal, Carsten! Ja, wichtig und ziemlich richtig. Oh, Micky, warte. Ich komm zum Brechen. Oh, Bruder, diese Map ist so wack, Alter. Die ist einfach eigentlich voll simpel. Ey, diese Autos. Ich fahr alle drei Minuten in irgendein Auto rein, Alter. Das fack mich nur noch ab. Wenn ich die Bombe mitgenommen hätte, dann wäre ich so... Der Brot ist weiter. Ey, oh Carsten! Bruder, was hab ich... Och, Manno. Warum hab ich denn hier die ganze Zeit Bomben, Digga? Digga, ich werde jetzt nur... Ja, ist wieder so schlimm. Oh! Fick dich! Nuttensau! Hier, Micky, lass dir schmecken. Digga, ist ein Brot hinter mir? Ja, oder? Also, die Bots... Also, die Bots auf hart gestellt, oder was? Ja. Digga, ist vor mir! Der kleine Lümmel. Ich krieg wieder ne Bombe. Das sind aber die Besten. Hier, Kevin? Nein, nein. Nee, ist nicht. Oh, bitte die rote Musi. Was geht mit dem Bot ab, Alter? Ja, der haut richtig rein. Digga, die Grüne! Mann! Na, aua. Lieber an den Typen in den Kommentaren, der den Punktgestattung so reingeschrieben hat. Geiler Typ. Die Wollte sogar angepinnt, war mir aufgekriegt. Ja. Oh, bei mir nicht. Oh, bei mir nicht. Ja, bei mir nicht. Ich hab mir auch nicht angepinnt, Digga. Oh, kein Geschenk bekommen, weil ich nichts gesehen hab. Ja, selten. Bitte, bitte. Dock-Blessed. Seals-O. Der Blessed Express. Nee, wie viel war das? Du kleiner Hund. Warte, ich hab gar nichts gemacht. Bin unschuldig. Uh, ganz wichtige Kombo hier, Twitch-Chat. Oder wir nehmen auf YouTube. Uh, Twitch-Chat, ja, moin. Lost. Ehehe, so gut gefahren bis jetzt. Na, das ist ja schmecken. Oh, Digga. Ja, komm. Danny wieder mit seinem... Mach kein Auge. Danny wieder vor mir. Ja, gut, die rote, der ganz Autofilie. Ah, Mann! Ihr Fisch-Trotzen! Ja, Carsten, der Zahn geht bloß. Digga, Carsten, du bist ja noch auf dem Fünften gelandet. What the fuck? Digga, ich hab mit der Tröte die blaue abgewehrt und dann hab ich noch von irgendeinem Hund eine rote bekommen. Ich glaub, das war nicht Carsten. Auf dem Ohr bin ich leider taunt, Micky. Auf dem Schuldenohr. Das fühl ich sehr. Cheap, Cheap, Strand. Jalla. Also sind wir jetzt plus minus null, Micky. Ich glaub, ich war ein Zahnien-Plus. Ja, wir sind plus minus null. Mein Fokus liegt jetzt voll auf der Masse auch. Kaum ist Micky im Steuerparadies Madeira, Digga, geht er in die dicken Wetten rein. Ja! Ja! Ich hab direkt den Superstar am Anfang einfach verpasst, weil ich hab mir lieber Klassiker. Oh, Micky, du hast jetzt gebrochen von mir. Ich will jetzt alles tun. Chill doch mal ein bisschen. Hör doch auch mal so. Ehrenbruder Danny, diese Worte sind Zucker in meinen Ohren. Ich mach doch noch Spaß mit. Nee, mach da nicht. Oh mein Gott, ich hab irgendjemand so weggesprengt. Micky mit Bananen ganz vorne. Oh, die Grüne! Oh, die Grüne, die macht ja so rand, aber Zamba hat er vorne. Ah! Oh mein Gott, meine Grüne hat so die Banane vernichtet. Das war ich. Ja, ich liebe das. Mit dir hab ich keinen Streit, Uwe. Mit dir hab ich keinen Streit. Ich hab mir vorgenommen, heute so unfassbar... So unfassbar gut war? Löscht euch! Ich hab mich heute übelst konzentriert. Ich war heute auf richtig tryhard. Ah, Carsten, okay, hallo. Ja, ja, was geht, Bruder? Ich hab keinen Streit mit dir. Du musst holen, lass dir schmecken. Alter, ich bin jetzt so... Ach, Digga, ich kann nicht mehr driften. Das ist so ein bolusiges Auto. Digga, ich hab dir einen Hilfspimmel an. Bro! Ja, echt? Die Antenne? Die Kinderantenne? Micky dachte kurz, er kann vorbei. Ja, wichtig, Danny, wichtig. Oh mein Gott! Ist das brutal, was seh ich hier? Oh, geil. Jetzt zweite Runde, ist noch alles offen. Ist gut. Bro, bist du der Erste? Nein, nein, ich bin dezent. Da muss doch jetzt mal der Blaue kommen. Das kann doch nicht sein. Wichtig. Sind eigentlich furiose Items an, Danny? Überquatsch. Ja, ja, ja. Oh man, ich werd immer auseinandergenommen. Boah, Junge, von wem war die rote, Digga? Alter, Danny, 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 Danny. Uwe? Yeah, I like you. Oh, ich hab mich verfahren. Uwe, du hast mich dreimal getroffen. Oh nein, was mach ich? Oh mein Gott. Micky, warum ist der denn der Erste? Der heckt der Rotschopf, der hat keine Seele. Nein, ich falle eine Banane. Ja! Ich hab fast eine Ding bekommen. Ja, das war's. Fast eine Rakete. Ja! Ja! Ich bin in den Fass gefahren, Micky. Da lag einfach Danny auf der Straße. Einfach ein Fass, Digga. Ja! Ja! Micky, wieder schon reingehauen. Digga, manchmal fahr ich wirklich gut und manchmal fahr ich wie der in den letzten Jahren. Hol doch mal Carsten da vorne weg! Wer soll mich denn wegholen, Bruder? Nein, ich bin dumm. Oh, ich hab einen dummen Fehler gemacht. Ich bin so dumm. Mann, oh! Oh, ja, der Fuffi, Digga. Wo ist Micky gesehen? Gab mich jeder Fuffi schmeckt! Ja, haha, uuuhuuhu. Katsching! Boah, Carsten hat sich der erste geworden, Alter. Boah, heute richtig, richtig gute Folge, Digga. Fühl dich feierlich, Digga. Wie, 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 wie! Was sollst du sagen, Danny? Boah. Hab ich dich getroffen mit der Grünen noch am Ende? Nee. Oder doch? Ich weiß nicht genau, Digga. Da war eh Hopfen und Malz verloren, Digga. Das war wirklich ein ganz übeles Ding, Danny. Bei mir steht Danny 60 Euro. Die Frage ist jetzt... Ja. Das gefällt ihm gar nicht. Schon drittes Rennen auch, heftig, Mann. Ach, Digger, was eine Quatsch-Map. Ja, das ist meine Quatsch-Map. Das ist ein brechen, wichtig. Hier gibt es auch irgendwie so eine geisteskranke Abkürzung, ne? Ja, die kann ich auch noch nicht. Okay, Carsten, ich muss meinen Fuffi aber zurückholen, ne? Ich bin nur bei Doppelt oder Nichts dabei. Ja, ist ja so. Dann Fuffi. Dann Fuffi entweder schon. Doppelt oder Nichts, oder was? Ja, also 50, entweder 100 für Carsten oder wirklich die Schulden frei. Ja, dann bin ich aber 150, ne? Ja, das ist dir klar. Dann bin ich aber 50. Dann bin ich aber 50 plus, ja? Ab auf Carsten. Ja, okay. Also mach dir einen Huni, oh mein Gott, Digger. Die reichen. Die reichen. Da muss ich mich bedeckt halten. Micky, du willst diesen Huni nicht gewinnen, ich sag's dir. Ich will alles tun, was man in der Macht steht. Du dumme. Masau. Was? Das trifft nicht? Oh mein Gott. Ah, lösch ich Solution, Digger. Ich krieg kein Geschenk. Oh mein Gott, Digger. So gut geht's. Boah, Jungs. Ich hatte gerade Doppel-Item, Digger. Das ist das Schlimmste, Digger. Durchfahren, Digger. Bruder, ich kenn Kotz. Aber Micky, heute wirklich so verreden, immer vorne dabei. Ja, du auch. Bisschen Nasenbluten gerade. Oh, das ist richtig belastend, oder? Ja, richtig Muck, richtig Müll. Oh mein Gott, woher kommt denn die Bandane? Oh mein Gott, Digger. Digger, was war's denn? Irgendjemand ist runtergefallen. Ja, ich, Digger. Ich werd nach hinten gesetzt. Okay, das war's. Danke, Danny. Danke, danke. Wie Danny, wie ich spiel die Scheiß mit mir wieder, Alter, die ist so müll. Wer ist erst das? Das ist Micky, erst so ruhig, verdächtig. Eine für ein Blau muss kommen. Nein, 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 nein. Bitte, keine Blaue. Wirklich, wurde genug durchgereicht. Eine für ein Blau muss, 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 muss. Digger, doppelt oder nächst heißt ja Pufi. Eigentlich heißt es Pufi, Einsatz, ja. Ja, dann, ja. Na, aber hier. Digger, Carsten. Ihr habt Honig gesagt, ihr habt Honig gesagt. Digger, ich muss hier verhandeln, Digger. Kann jeder am Boden. Aber ich hol ihn, ich hol ihn, Carsten. Keine Sorge, ich brech ihn. Ich bin, so done bin ich mit der Olga. Digger, ich hatte diese wilde Rakete da gerade. Carsten, ich werd ihn brechen, ich werd ihn brechen. Ja, da kommt ein Blau auf meine. Digga, die Mäh. Das Scheiß ist krank. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie ich in die Saal... ...kraten und in die Kurve driften muss. Und erstens nehme ich die Karte, weil es so schön ist. Oh, oh, oh. Und da ist die Mutter des Jungen weg. Ja, wird gepiept, Ravel. Ja, wird nicht gepiept. Der nimmt die Moneten mit. Welcher Platz bist du, Micky? Oh, mein Gott. Micky, Platz. Oh, mein Gott, Digga. Ich fall zwei Mal an der Rotter. Die Map ist so scheiße. Ich los. Das ist echt abfuck, Digga. Was eine Scheiß-Map, Bro. Junge. Digga. Ich bin nach dir noch runtergefallen, Carsten. Schön den Rotlux einmal auf die Würbel-Folle getreten. Also, ich bin aber ehrlich, Digga. Wirklich verdient. So schlecht gefahren. 50 Euro. Achter Platz, Digga. Wir nehmen so fünf auf. Ich werde Achter, Junge. Ich werde die Folge so genüsslich reinziehen. Digga, restliche Folge ohne Cam, Digga. Bin so, dann so large. Nein, da ist er wieder. So schnell geht das, Mensch. So schnell geht das. Der Fuffi ist bei mir. Den will ich auch sofort endlich eingelöst haben. Also, das war's komplett. Wie meine Karte war von... Let's fucking go. Okay, hier ist der Fuffi hart. Okay. Okay. Trotzdem, Fuffi, oder was? Ja, Fuffi. Okay, Fuffi. So. Kleine Prinzessin hier vor mir. Zeigt mir ganz schön ihren... Ah, scheiße. Ja. Erzähl mal mehr. Das müssen wir recht anstattet. Digga, what the fuck. Ich wurde weggedrängelt von den Waffen. Von meiner Rakete hier. Vicky. Oh, Teddy. Wichtig. Und ihr habt Respekt vor mir? Hab ich, hab ich, hab ich. Auf Respeksbasis, okay. Respeksperson. Älter auch, deswegen. Der Eiche guckt hier raus, okay. Älter und dreimal so breit. Aber aus Muskeln. Okay, Karten, merk ich mir. Merk ich mir. Merk ich mir. Ja, Uwe, also wirklich. Nice. Auch noch klar, Uwe. Den kann ich noch, Chat. Den kann ich noch. Es war so klar. Ich bin noch nicht am Stream Karten. Ey, Danny ist mein Karten auch so richtig langsam so. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr eure Freundin, falls vorhanden, dass ihr sie Chat nennt? Ja, es war so auch passiert, Digga. Digga, sie ist immer so tiltet, Digga. Und manchmal nenne ich den Chat einfach Schatz. Was? Ja, aber wir auch. Geil, 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 ja. Bro, ich kenne das auch manchmal. Ich sage halt im Stream immer so, Jungs, kennt ihr das, wenn das und das passiert? Und dann sage ich das auch manchmal. Yo, Jungs. Und dann ist ja nur mein Girl im Raum. Bro, what the fuck, Alter. Geil, geil. Richtiger weirdo-Moment. Streamer live. Ehrlich, Chat? Du hast schon mal zu deiner Freundin Chat gesagt? Ganz oft, hundertmal schon. Ganz normal. Guck mal, Danny da, merkt man, dass du inaktiv bist. Weil halt auch... Nein, ich bin nicht inaktiv im Schwanz. Aber er hat keine Freundin. Er hat keine Freundin, darum geht's. Ja, oder das. No front. Solo for life, ist halt so. Hast du eigentlich Ding, ähm, kuriose Geschenke an? Ja, ja, sind an. Bro, was passiert denn hier? Okay, warte mal ab, komm mal her. Fäst du mich scheiße? Du bist ein Notenkind, wirklich. Scheiße, auf der, die, Digga. Jetzt ein Blitz, Digga, komm. Wow. Digga, die Bombe wäre so gut gewesen. Oha, Uwe! Oh, wer hat mir das Geschenk geklaut, der Bot? Micky, du bist die ganze Zeit bei mir. Oh, Bruder, ungeil, 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 ungeil. Ah, das ist Quatsch. Knot das Geschenk. Oh, das war's. Ah, du bist so weh. Oh, das war's. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, ich hab grad diesen, oh mein Gott, ich hatte dieses, äh, diese Trompete. Oh mein Gott. Auf ihr Schrauen reingehauen, Jungs. Ey, wie kam man so, ach, scheiße. Let's go, let's go. Ja. Let's go, Zweiter, easy, nehm ich, nehm ich. Ja, Karsten. Alle zerstören, aber mein scheiß U-Boot kam nicht vorank. Ja. Wie? Das ist das Schöne. Ey, Karsten, was da los? Ich hab kein Geschenk. Fresse, Kevin. Nee. Kein Geschenk bekommen am Schluss, wirklich so schlecht gefahren. Ja, 100 Euro für Micky, Digga. Ja, das war aber eine gute Mario Kart-Folge. Ey, Bruder, du warst aber die ganze Zeit auch, wenn ich gut gefahren bin, warst du vor mir oder an mir. Und wenn ich schlecht gefahren bin, warst du auch immer neben mir, Digga. War echt spannend. Einer der sieben Brotinnen ist die Gier. Und die hat dich heute ins Verderben gestürzt. Weil du gewicht warst auf doppelt oder nichts. Du wolltest die 150 haben und mich brechen, hast dich aber selber gebrochen. Digga, minus 100. Da muss ich erst mal drauf klarkommen. Na gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Folgen von den Jungs sind in der Beschreibung verlinkt. Mickis Folge ganz unten. Und ja, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Sonntag. Busi Maschinengewehr geht raus. Sagt Tschüss, Jungs. Haut rein. Aufnahme war schon bei Ende.